Willkommen meine Freunde zu einer weiteren Bart Let's Play Pokémon Bloody Platinase Wir haben im letzten Bart richtig, 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 richtig viel Glück gehabt und haben ein neues Pokémon gefangen Und zwar wäre das das gute Paul Banjo Käferflug, freches Wesen, guten Spezialangriff, gute Inne, Temposchub als Fähigkeit Movepool kann man auch dran arbeiten, aber sonst bin ich schon echt überzeugt von dem Ding Das Ding wird sweepen, ey, das wird richtig chillig werden Haben wir irgendwelche geilen Moves für das Ding Irgendwie nicht, ne, aber es ist schade Ja, okay, noch leider nicht Aber gucken wir mal, ob das Ding noch irgendwas werden kann hier Und deswegen werden wir einmal gegen Inne Willst gar nicht battle Willst gar nicht kämpfen Böser man, ey Und meine Freunde, wir machen heute einen Doppelkampf Da hinten sind nämlich noch zwei Ladies, wenn ich mich jetzt recht in Sinne Hey, was geht ab? Ich ruhe mich jetzt aus, wäre ich ein Vogelpokémon Würde ich Ruhrort verwenden, ha Ja, ähm, du solltest auch schlafen Wir haben Ruhrort Boom Oder ist das Ruhrort? Das ist Ruhrort, oder? Komm, das ist Ruhrort Boom Richtig geil, richtig geil Ruhrort ist eine chimischillig Attacke, meine Freunde, müsst ihr wissen Ruhrort boostet die KP um 50% Und lässt den Vogeltypen eines Pokémon verwerfen Das heißt, wenn man weiß Ja, der Gegner setzt Eistrahl ein Ich könnte das überleben, wenn ich vorher Ruhrort einsetze Damit die Attacke nicht so effektiv ist, sondern Ultra-Pedict Ja, also kann man das ungefähr ausfassen Das ist ziemlich geil So, Opa, willst du noch gegen mich kämpfen hier? Wann dann macht so viel Spaß Mein Pokémon ist während meiner Zeit auf der Ranch gestorben Stärk- gestorben Stärker geworden, nicht gestorben Mein Pokémon ist seitdem auf der Ranch gestorben Bei Anton Ich bin der Anton aus Tirol Wunderbar Das ist Paul Banjo, zeig mal, was du kannst Boah, das Ding ist eine Kampfmaschine, glaube ich Liebreiz Jetzt kommen wir erstmal die ganzen Mil-Tanks an Die, was von Paul Banjo wollen Das geht aber nicht so, meine Freunde So, Antikraft Bams Steine gegen den Kopf, oder was? Und dann kriegen wir den Boost Wuhu Geile Sache Okay, schön geboost nochmal den Wert Temposchub nochmal dazu Boah, das Ding ist so opä Jetzt machen wir gleich doppelt so viel Schaden Ja, noch nicht ganz, ich mache Erstmal ein Viertel mehr Schaden, aber Das ist ziemlich geil, finde ich, ey Boah, Alter, ey Temposchub Antikraft Wenn immer geboost, er jede Runde Jede Runde Ja, geil Wir wollen aber nochmal an, aber Muster mit Step-Attacken, ey Ampel-Leuchter, so was bräuchten wir Käfer-gebrummt, kann er leider noch nicht Falter rein, kann er, glaube ich, noch nicht Ich glaube, es konnte er auch, glaube ich, in der Generation 5 noch nicht Das wäre, glaube ich, ziemlich OP Mit Stafette könnte ich das Ding auch spielen Stafette und Schwertanz, wenn das Ding Schwertanz allein könnte Müsste ich gucken, wie ich das Ding spielen könnte Sollte, müsste Aber sonst Boah, ne Macht es mir noch zu wenig Schaden Auch wenn es einen Spezialangriff über 100 hat Level 41 ist das ein bisschen wenig schon Muss ich echt sagen Das ist doch Ich möchte, dass wir ein bisschen viel Aber es ist doch, wenn ich das so sage Ein bisschen weniger So, Aufruhr Versucht Aufruhr, genau Lieb bereits, ja, ne Man, man, Miltan, geil Du wirst es nicht hinkriegen Spezialangriff Und die Post ist da Bitte hab kein Paket für mich Bitte hab kein Paket für mich Bitte hab kein Paket für mich Wenn es vielleicht klingelt, ne Dann muss ich den Park cutten Ich hab keinen Bock zu cutten Oh, Mann, ey Ich hab mir von Zalando ein paar Schuhe bescheuert Ah, Zalando Ja, genau Das ist schlimm So, was machen wir jetzt Ähm Ich Man kriegt Angst, ey Wenn man die Leute draußen hört Ey, wehe, die hören mich jetzt beim Labern Ey, das wäre echt Not so good Main Liebreiz, ja Ähm, wie mach ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich mach einfach mal Einen Durchbruch Ne Einen Durchbruch nach Hollywood Und dann sollte das auch gewesen sein hier Sollte nicht so viel Schaden machen Da wir auch nur eine normale Effektive gegen haben Von daher Okay, es macht doch mehr Schaden Als ich Mann Was soll denn das? Warum schrecken wir auf einmal zurück, ne? Ich hab noch nie Noch nie mit Zinnkopfstoßen Irgendjemand flinchen lassen Noch nie, ey Und jetzt du das erste Mal Das geht doch gar nicht, Leute Das geht nicht, klar Nein Und wie Leute jetzt sagen Äh, Zero Du schaffst gar nichts Nein, Pate Du bist voll scheiße Ich werde dich jetzt voll Sehr harmonieren oder so Äh, Leute Es ist mir scheißegal Wenn ich hier nichts schaffe Oder wenn ich Gott Äh, wenn ich hier was schaffe Oder wenn ich hier was nicht schaffe Ähm, ich will einfach nur meinen Spaß haben Ich will euch Pures Entertainment bieten Ich will einfach das Ähm Was bringt mir denn Wenn ich jetzt hier So ein Part mach Ähm, wie soll ich das am besten sagen Kann das Ding Tauros kann Erdbeben, ne? Ja, ich würde lieber auf René gehen Ähm Was ist es denn Wenn ich Walkthrough machen würde Wäre das geil? Ich weiß nicht Ich hab damals ja bei XT So eine Art Walkthrough gemacht Mit Morpho Power zwischen Und sowas Mit allem Pokes und sowas Es war auch kein wirklicher Walkthrough Walkthrough heißt wirklich Und hier findet ihr das Item Und hier findet ihr das Item Und hier findet ihr das Item Und da ist das Pokémon Und da ist das Pokémon Wollt ihr das haben? Das würde mich mal interessieren Das würde ich auch machen So ein bisschen professioneller Nicht nur so ganz Oh mein Gott, ne, say Noch der mich hier fast ausbohlen Hät mit einem Attacken-Dings, ey Das ist nicht gut Das ist wirklich nicht gut Gut, äh, oh 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 Das kann jetzt das Ende sein Nein Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Nein, 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 nein Warum mache ich das am besten jetzt? Kacke, 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 kacke Mach jetzt keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß warum macht er so viel schaden warum macht es so viel schaden nämlich kritisch wird tot ladungsstoß kommt geht auf geht auf geht auf geht auf mein gott er das taucher böse das wird zu einem bürger bearbeitet zu den western chicken aber ich rede was mit schicken oder bei überhaben da so ein taubost vor uns das geht doch gar nicht mit antonio was zur hölle und meine freundin wird mal ganz kurz karten weil es doch geklingelt hat gleich wieder so meine freunde da bin ich wieder wie gesagt die post war doch da und die haben sich gerade gewundert warum macht mir keiner auf warum machst du 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 böser junge du ich war gerade noch verhindert was die jetzt wohl gedacht hat ich würde gar nicht wissen was die post bot jetzt denkt so eine sache okay wir können um hoch auf jeden fall sind meine klamotten angekommen und ja nein super wir kämpfen mit ganz viel von geboren juhu über ganz viel du gott da schon hörte ich krieg schon wieder rasterlocken und gott was hast du denn krabi und die sind cool ich mag ich mag krebskost und krabi lieber keine ahnung ich mach beide irgendwie nirgendwo beide wie knuffel und süß so ein super trank auf rené da soll nämlich nicht verrecken hier das will ich nicht nein der soll nicht sterben und da sollen wir trotzdem mit dem surfer angreifen an sich nach zum erleben auf beide das macht beide schutzschild machen auch beide schutzschild jetzt ja er wird ja tak ab main das war so klar okay wenn wir anders fungieren werde ich mal anderes pokens setzen jetzt und du moment nein 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 ich werde anders vorgehen wir sind alle so angeschlagen das regt mich total auf okay dann greifen wir an hier mit bodyslam auf krebskost und du heilst dich noch mal auf mit einem hypertrank diesmal aber gut ich weiß jetzt gar nicht wie lange der part wird bzw ist und da muss ich ja so grob schätzen meine freunde aber ich habe auch nicht so viel zeit ich muss doch kochen weil die jahre juli kann kochen als man das könnte viele aber okay ich stecke mir pommes in den ofen aber das kann man sagen so kochen ich finde schon gekrabb haben wir mal wieder hier macht sogar relativ guten schaden eigentlich also ich finde es ziemlich viel wo du machst noch mal schutzschild jetzt mein freund dann kriegst du eine lebenbrühe jetzt nämlich ab hey ein superchark wir nur tief bodyslam gegen krebi krebi nicht krabbi was zur helle und beides trifft vielleicht ja doch beides trifft sehr schön krabbi ist down das ist wunderbar normalerweise haben beide gestorben jetzt und dann werde ich mit beide anderen gegnerischen pokes jetzt gerechnet also ich glaube kingler und krebi 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 ich muss gerade überlegen krebi krebi ungefähr so hieß das oder eher krebi krebi fand ich mich chillig eh aber ich habe damals gedacht dieser blaue streifen da wäre sein mund und wenn er das ist dann findet das pokam total scheiße ohne witz Leute ich ich finde das total hässlich irgendwie bei dem dinge keine ahnung warum ich finde das total hässlich hätte lieber einen anderen mund kriegen sollen und paar paralyse wunderbar hier jetzt geht doch wunderbar voran lehnbrühe und ich erp zur zeit vom aufnehmen her nur noch bloody platinum was zurzeit am meisten spaß macht und ja keine ahnung ich mache gerade das was mir am meisten spaß macht und vielleicht auch schon genauigkeit der job vielleicht trifft er nicht das ist mein highlight jetzt komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ah jawohl der trifft nicht geil und jetzt kommt kingler in den kampf ach du scheiße bodyslam würde ich sagen und mach mal lebensschuss auf kreiber tag super trank deine mutter was soll denn das kingler ist eh dings nein schutzschilder okay dann sollte das auch hier kein ding sein und lebensschuss vielleicht nochmal in drop obwohl er ist eh lang ist aber wegen paralyse von daher ist es eigentlich egal aber schön dass wir keinen poke verloren haben hier das finde ich sehr schön dass wir das nochmal heil überstanden haben äh body slam auf kingler und du machst nochmal eine lebensbrühe auf beide ja da wollte er noch mal schutzschilder einsetzen der spacken ne da wollte er aber kingler eine gute def das ist mir bewusst critical jawohl ich hab mich gerade echt gewundert ey warum das so viel schaden macht ne aber es war doch ganz immens mit dem critical deswegen war kingler echt eine gute def muss man kann man nichts anderes gegen sagen von daher ist es auch so gut wir machen mal ein bodyslam und einen lebensschuss das soll so gewesen sein mann was soll das von paralyse egal mann ey das ist echt ärgerlich hier mit dem verdunten kingler und ist down wie gesagt special death ist not so good aber die normale death ist bombe und dann wird er wieder ein doppelkampf beworben hier ohne verluste meine freunde das ist doch mal wieder hier mauva style immer geil nein ich wollte ich die nicht kämpfen sieh mal der glanz des fels meines pokémon ist oh gott haben die axelhaare die pokes oder was ja wo haben denn da fälle eine pokémon ne du aaron sandern also das hat bestimmt wunderbare brust und axelhaare und axelhaare genau oh gott was hat das dein Fell denn oh my god das hätte der entwickler echt ändern müssen ey mein pokémon hat wunderbares Fell guckst du dir an oh axelhaare hier ne selbst da setzt mal hier wie heißt die diego von ax ein kennt diese werbung von ax da wo der typ seinen arm hebt und dann kommt da so eine fontäne von schweiß raus fand ich immer total lustig wie auch eklig irgendwie total eklig so sango sango ist richtig geil meine freunde kann ich nur immer wieder sagen sango ist ein geiles pokémon gefällt mir sehr das ding und es kommt treff jetzt nicht treff jetzt nicht treff jetzt nicht zermine klau und stab hoher angriff death drop der nächste zu kann tot sein aber wo ich sagen sollte jetzt töten außer es war gerade maximal damage boah knapp hilfe da kriegt man richtig angst wenn man sowas sieht ey dass das pokémon überlebt ne und dann wenn das einmal zu meinem klau gemacht hätte wären wir down gewesen ey sorry selbst da ich wollte es nicht ich wollte es nicht und es kommt dann da mal rein da werden wir nochmal kurz switchen switchen auf rené ist total overleveled gerade ne mit 44 die anderen alle 40 ungefähr sind auch gleich 45 sogar da muss ich was ändern san dame fand ich immer unnötiges dinge keine ahnung aber der hat gar keine achse seht ihr der hat die pose arme nach oben ist der finger oben wird man dich loben und wenn er alle finger oben hat dann wird man nicht mega loben san dame dann bist du beste deswegen not gut aber wir sind damit 45 jetzt mit rené das ist doch schon mal ne top sache hier und armon wird besiegt ey das regt mich gerade ein bisschen auf dass ich doch einmal cutten muss hier war das ist mal ganz problematisch sag ich mal beim bearbeiten super schutz das mal super gute super gut damit haben wir auch alle tränen auf diese rote platte gemacht sehr schön haben wir schon mal das erreicht was ich erreichen wollte und das kommentiert das kommentiere ich nicht das werde ich nicht kommentieren das ist mein lieblings pokémon ich liebe arme diffel da kriege ich da oh man leute arme diffel das ist mein aller aller liebtes lieblings pokémon oh man oh man es ist böse es ist so böse ich liebe das ding so und dann es hat auch so gemein zu mir ja bitte jetzt vor der 15 die körperung pokémon fangen morgen was geiles vielleicht zu entschieden dass der fing im arm wie diffel mal schauen vielleicht kriegen wir irgendwas gutes ja den die kommt schon irgendwas geiles danke gott ich liebe dich auch ja oh mein gott ist das geil boah chillig richtig richtig geil nevoli 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 mach keine flucht dir ähm was es werden wird werde ich entscheiden ihr könnt ja mal scherzen den kommis wenn wir das ding fangen vielleicht wird sowieso ein ausraster wie bei dodri werden ich weiß es ja nicht ähm bis okay bis ist schon mal sehr schön ähm was es werden könnte 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 man die kommis mal posten vielleicht habt ihr schon mal so eine vorahnung äh ich will keine kampf items ich will den ball werfen ähm deswegen wer ist jetzt auch gleich brülle ein haut ab ey das wäre echt komisch who knows gut ähm und es ist gefangen jawoll nice scheiße haa wunderbar meine freunde ich würde sagen ähm das gute pokémon wird ein ja doch ein abonnent der 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 schon auch lange dabei ist und zwar der gute eule ne eule kleiner kleiner deswegen der eule franz ich glaube ich werde das alle obwohl ich werde das bisschen ich weiß nicht ne 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 das klappt das bleibt wo wie es ist deswegen wir wollen ja real bleiben in unserer session eule franz passt perfekt gut würde ich mal sagen meine freunde das war es für den heutigen part ich werde mal ausgucken was für ein wesen wir haben für ein eboli und wenn euch der part gefallen hat lasst eine bewertung da und einen kommentar auf jeden fall damit ich sehen kann beziehungsweise damit ihr es sehen sind mit ihr mir sagen können was neben die die zu den übrigen jahren wurde und er am nächsten mal geht an ihrem kleinen kabuff Puff weiter haut rein und bis zum nächsten mal ich folgen auch immer weiter die nase auch schon wir haben schon fast vierzig stunden vor meine Freunde meine Güter das ging die Zeit geht schnell um haut rein und bis zum nächsten mal ciao 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 ciao